Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Chia. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bin ich jetzt schon mal zum Schlachthaus hochgegangen. Verdammt, die Taube ist so weit weg. Jetzt geht's nicht mehr. Lachen wir einfach direkt auf dem Dach. Oh Gott. Lass mich los, lass mich los, lass mich los. Dabei würde ich dann mit euch eigentlich bloß schnell die Fotos machen. Hier und ich brauche gar nie zu sehen. Dann bringen wir den mal einmal hinter. Der ist weg. Nur noch dahinten, der ist schon. Keine Ahnung, was steht von hier auf die Treppe. Okay, ist auch verbrannt. Und einer ohne Vorschein. Von hier aus ist es eigentlich schon bei. Keine Ahnung. Wenn wir die Fotos machen. Oh Gott. Das müssen wir von da hinten auf dem Bild machen. Nicht kriegen wir das jetzt rein. Schauen wir mal. Oh Gott. Hm. Das ist schon wirklich ganz gut drin gerade, ne? Weil da ein Objekt los. Und mal, wenn wir die Platten. Ja. Ach. Okay. Okay. Ich störe alle Batterien. Mal kurz Gitarre spielen. Gut. Danke für ihr, kleine Freund. Mein Feuer. Ich weiß nicht, ob wir den da oben treffen, oder? Oder? Wir haben ihn getroffen. Ah. Wir haben ihn getroffen, wir haben ihn einfach mal getroffen. Oba. Ich zerstöre alle Batterien. Ah, da ist noch einer. Ich meine, da habe ich mich nur ein bisschen lange gemacht. So anders. Hier von Elf, die sind glaube ich überall hier verteilt, könnte es sein. Na gut. Hier ist man schon. Ich nehme das mal zu unserem Pfote hier mit dem Fleisch. Hier ist er. Hier ist es hier. Oh boy. Irgendwie noch... Jawoll. Und weg. Weg sind's alle. Wir bleiben zu früh von hier aus Treppen. Jetzt gehen wir weg. Dunkel. Da steht noch einer. Oh, dann kommst du nicht. Guck. Okay. Sollte das hier in der Ecke erstmal geworden sein. Dann verwandeln wir uns zurück. Wir holen die ganzen Kisten. Hm. Im hinteren Teil hier waren wir jetzt noch nicht. Das ist aber schon mal eine Lampe. Die sind bestimmt schon gebrauchen. Oh, läuft hier noch irgendwo einer rum. Da war gerade einer. Puh. Niedergebrannt. Oh Gott. In den hier. In den hier. Und auch die. Ob man von hier aus... Ja, das geht echt weit. Das muss ich lassen. Ja, das sollte ich hier anscheinend gewesen sein. Dann kommen wir mal wieder raus. Da brauchen wir noch 3 Stück. Da brauchen wir den hinteren Teil aber noch nicht. Blödes Misting. 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 Die Dumpen sind leer. Fast. Die Soldaten sind zumindest verbrannt. Eine Kugel, eine Kugel, eine Kugel. Gucken wir den jetzt hier wieder raus? Gar nicht, oder was? Super. Die Rostkette. Ja, Tatsache. Schön. Stimmt, wir brauchen ja eigentlich bloß den Kabeln foggen. das waren alle nice jawohl passt, haben wir geschafft sehr schön genau, während ich jetzt hier noch die letzten Soldaten niederstrecke bedanke ich mich rechtzeitig, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Chia und dann geht es an der Stelle hier weiter, bleibt dran, bleibt gespannt bis dahin, sage ich tschau tschau und bis dann und bis dann bis dann wir bis dann wir sind Untertitelung des ZDF, 2020